Finnigan wird morgen Montag das erste Mal Bürgermeister in Hypixel Skyblock sein. Unter anderem wird man damit mit Pelts neue Items im Trapper Shop kaufen können und diese Items, die sind bereits bekannt. Das wird nämlich ein Epic Belt sein, der Pelt Belt, mit dem habt ihr ein Farming Wisdom mehr und bekommt jeweils ein extra Pelt, wenn ihr die Tiere tötet, die Trevor euch als Auftrag gibt. Dann wird es eine neue Travel Scroll plus ein Portal hier zum Trapper Stand geben, also genau zu diesem Ort hier, wo ich gerade stehe. Und dann gibt es noch einen neuen Common Talisman, nämlich die Trapper Quest. Ich weiss nicht, ob man die noch hochleveln kann vielleicht, aber auf jeden Fall wird man die wohl auch hier kaufen können. Der Name lässt ja darauf schliessen. Und außerdem kommt wahrscheinlich auch noch dazu, Talbot's Teodor Light. Das ist das Item, was Minikroon letztens auf Twitter geleakt hat. Mit diesem Item lassen sich die Mobs einfacher finden, die man hier von Trevor the Trapper halt eben killen muss.